Mein Name ist Ramir Wetterich. Ich bin die Inhaberin und die Gründerin von NUNI. Ich habe mich für den XPS 15 Laptop entschieden. Aus dem einfachen Grund, ich arbeite mit Farben, mit kräftigen Farben. Und für mich ist es wahnsinnig wichtig, dass ich die Farben sehen kann. Und das ist eine ganz andere Sensation. Das Bild ist unglaublich. Ich habe den Computer gesehen, ich habe die Bilder gesehen und meine und meine erste Reaktion war, wow, was für ein Wahnsinn.